so demnächst kommt er aus einer raststätte oder zumindest ein kurzer pausenplatz auch nur eine tankstelle also 1,72 euro hat für andere eine tankstelle gekostet jetzt vergleich es mal hier ich bezweifle aber dass es hier günstiger ist nope können natürlich auch voll tanken mache ich jetzt auch ich krieg die anzeige nicht weg so mal sehen wie viel ich hier bezahlen werde 500 euro 600 700 800 900 1.500 ja 1533 euro für nicht einmal 900 liter sprit naja wenn ich hier mal kurz auf die anzeige schaue 14 kron 41 keine ahnung norwegische kronen haben die ja hier na gut tempomat hat jetzt wieder aktiviert dann fahren wir jetzt mit vollem kraftstofftank dem ziel entgegen 444 km sind es noch bis nach starwanger aktuell haben wir noch 0% schaden an der ladung ich hoffe mal es wird doch so bleiben aber so wie ich mich kenne wird daraus eher nichts zumindest wenn ich meine fahrkünste so einschätze momentan ist auch ein problem mit dem sommerloch ich nenne es jetzt mal das sommerloch halt an zum beispiel spielen die ich let's playen könnte die mir halt auch zusagen wohlgemerkt wo gemerkt ich glaube der blitzer hier ist für lkw sinnlos weil wenn man hier hochkommt diese steigung die wo ich jetzt gerade erst mit 50 km h hoch und ich habe hier die 625 ps maschine drin wenn ich jetzt daran denke mit dem iw co da hat er noch eine kleinere maschine drin und das hieße zweiter gang und vollgas hoch na gut wenn ich hier mit dem iw co fahre dann sowieso nur flachland bereich und nicht hier mitten durch skandinavische berglandschaften geformt durch eiszeiten deswegen sind ja auch die berge immer recht grundlich weil die wurden ja abgetragen abgetragen so aber darüber möchte ich jetzt erstmal nicht reden sondern halt über dieses problem ich aber halt keine richtigen spiele die ich jetzt playen könnte bin ich jetzt drauf gekommen ich könnte jetzt auch mal zum beispiel ich habe das gefühl der ecke wir schon gerade ein bisschen jetzt sind 2000 leute online aber keiner der mir irgendwie entgegen kommt ja ich habe jetzt bei steam spiel gefunden für 10 euro nennt sich mini metro das würde ich jetzt mal so vielleicht mit maximum 10 folgen vielleicht mal machen ja so alle zwei tage eine folge dann vielleicht rauskommt es ist jetzt so ein bisschen bei mir so ein in gedanken ob ich das nun auch mache das weil ich dann noch sehen also wo ws werde ich demnächst wieder aufnehmen um sie weiß ich jetzt nicht genau weil da nehme ich eigentlich immer ein stück auf wenn man nicht zu schnell fahren und ansonsten tja ist halt nicht so viel also momentan ist halt nicht gerade sehr viel los und also ls sitzen wurde ja angekündigt 25. Oktober wenn ich das richtig in Erinnerung habe das werde ich mir auf jeden fall holen ich werde es auch vorbestellen da ist nämlich ein exklusiver Inhalt mit dabei nämlich zwei Traktoren die noch zusätzlich dabei sind also als Bonus für die Vorbesteller natürlich wenn man jetzt ein Computerspiel vorbestellt und dieses nun nicht gerade noch ein paar kleine Fehler zum Beispiel noch beinhaltet ja das ist Risiko das gehört dann mit dazu das gehört dann ich würde es mal so als ja Risikofaktor mit einbeziehen das kommt dann halt erst Ende Oktober raus und Ende Oktober ja ist halt noch eine Weile hin ich mein wir haben jetzt Juli das sind da Monate noch ja es ist heute der 20. indem ich das jetzt aufnehme eigentlich wollte ich das ach du scheiße da hat einer Bleifuß what the hell und und er ist umgekämpft Google mal Selbstüberschätzung Kollege wenigstens weiß er dass man sich jetzt zur Werkstatt teleportieren sollte verdammt das hätte ich als Thumbnail Vorlage nehmen können daran hätte ich mal denken können bergen geradeaus ich möchte aber nach Starwanger also muss ich links weg hier durch so eine hier durch so eine Kehr also Kehrer Höhe durchzufahren das dürften nur mindestens 280 wenn nicht sogar 300 Grad sein nur um dann an Höhe zu gewinnen aber das sah gerade so geil aus fährt fährt Schlängelinie und kippt um irgendwie war das zu erwarten aber ich habe es aufgezeichnet also ich habe einen Videobeweis wo landet man eigentlich wenn man sich hier weg teleportiert in Bergen kostet demnach auch schlappe 1000 Euro 1100 glaube sogar ist richtig gelesen 1100 87 Euro müsste eigentlich so in der Zeit auch um sein so und damit ich den gleichen Fehler wie den dieser Fahrer nicht mache verlangst mich natürlich auch mal ein bisschen in den Kurven weil so wie der gerade mich versucht hat da zu überholen ok keine Musik über CB Funk würde ich auch nicht machen selbst hier in der Nähe ist keiner achja die Funke habe ich ja ausgeschaltet kriegt halt auch kein Symbol angezeigt wenn ich jetzt hier die V-Taste drücke mal weiß würde ja hier dann ein Symbol angezeigt werden das als Funkgerät aktiv wäre Glück gehabt ein paar Meter weiter vorne jetzt mit Verloch gegen diese Beton Kante eingeleitet aber ich möchte ja nicht hier auf der Seite landen das hebe ich mir lieber für Konvois auf das hebe ich mir lieber für Konvois auf und zumal auf den 185 Kilometern die wir jetzt noch vor uns haben da ist das noch ein bisschen ja unangebracht auch wenn mein LKW ja ab und zu mal ein bisschen hin und her schlingert ich werde doch versuchsweise ja jetzt mal EEP Folgen hochladen mit gerade mal 10 Minuten Länge vielleicht habe ich es ja dadurch halt bessere Upload-Zeiten zu schaffen solange das halt nicht mit sagen wir hier keine bessere Internetleitung verlegt wird und ich glaube es wäre sogar möglich eine bessere Internetleitung zu wesentlich günstigeren Kosten zu bekommen zu vergleichsweise guten Konditionen wohlgemerkt ich meine ich wäre schon mit einer 16.000er Leitung zufrieden hier wollte ich ja abbiegen okay wow einspuriger Tunnel das nehme ich immer auch nicht schlecht ich glaube ich fahre hier gerade in irgendwie ein Bergwerk oder sowas ein so kommt mir das gerade vor ich habe welche kann ich immer ausmachen das habe ich schon mal nicht schlecht ach schade jetzt ist schon wieder Ende ich glaube das ist ich bin hier mitten an dem Fjord tolle Landschaft muss ich auch sagen lass uns mal ausrollen lass uns mal ausrollen バイgans spoilern iyor passt